Im Mai 1993 verübten Neonazis den schwersten rechtsextremistischen Anschlag in der Geschichte des Landes. Fünf Menschen starben, weil sie türkische Wurzeln hatten. Ein Schock für Nordrhein-Westfalen, das doch so stolz war auf seine Integrationsleistung. Eines der schrecklichsten Geschehen, das ich in meiner bisherigen Verantwortungszeit erlebt habe. Ich hoffe, dass die überleben, die die Nacht überlebt haben.